Ja, Leute, wir schaffen wahrscheinlich die zwölf Stunden heute wirklich. Was als Scherz anfing, wird Wirklichkeit. Aber ich glaube, dann ist auch wirklich Schluss. Einer geht noch. Herr Hulricht, einer geht noch. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Wenn es halt Spaß macht, ist es praktisch auch ein Selbstläufer. Ja, aber es ist natürlich schon sehr anstrengend. Gerade jetzt, wir sind ja auch keine 30 mehr. Nicht mal mal 40. Und da ist das schon. Aber heute läuft es. Ich hatte richtig Bock gehabt heute. Obwohl ich erst überlegt habe, so soll ich streamen? Sveni, gehst ins Bettchen. Schlaf schön, meiner. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Ja, morgen geht bestimmt wieder was. Aber ist natürlich auch blöd. Wenn ich zwölf Stunden mir dann nochmal angucken muss und dann Videos draus schneiden, ist natürlich auch... Oh Mann, was tue ich mir da an? Du brauchst eigentlich nur bis zum... Ich guck dann immer, aber manchmal geht es ja auch so um Best-Offs. Da nehme ich immer irgendwelchen Quatsch, da drin passiert ist oder so. Weißt du? Okay. Hast du da keine Taste für? Für was? Es gibt doch bestimmte Tasten, da kannst du eine Tastenkombination, da kannst du es so einstellen, dass es die letzten 20 Sekunden aufgezeichnet werden. Ach so, naja, ich habe es doch... Ja, das... Äh, guck mal her. Stimmt. Guck mal da rein. Partnerlook ist wichtig. Partnerlook. Wir müssen aufpassen, dass der Schornsteinskev uns hier nicht ins Visieren nimmt. Naja, das sehe ich nicht. Oh, geil. Oh, danke. Super, nice. Geil, ich freue mich. Ein zweites Loch in den Popo. Ist das ein Ausgleich schon da? Ne, schade eigentlich. Da liegt ja auch noch was. Wir müssen ja in die andere, auf die andere Seite. Du musst ja auch ab und zu gucken. Ja, ja. Weihnachtsbaum. Christmastrin. Äh, Laser habe ich. Laser. Okay, aber wir müssen uns etwas spugeln. Äh, wo müssen wir eigentlich hin? Na, hier durch den blauen Zaun. Ach ja, wir müssen ja an das Ding da ran. Mhm, wir sind eigentlich ein gutes Boden dafür. Das ist richtig geil. Naja. Wir sind eigentlich voll im Sandwich. Von beiden Seiten. Ja, ja. Na, ich glaube eher so von vorne kann einer kommen. Um die Enge kommt. Scheiße, ich habe den Schlüssel vergessen. What the fuck? Oh nein. Oh nein. Ach man, was für ein Müll. Neuer Plan. Neuer Plan. Neuer Plan. Raus. Oder hinter zur Weiche. Ja, komm, lauf noch wieder zurück. Mist, ich habe den scheiß Schlüssel vergessen. Leck mich doch am Arsch. Wir können auf den Schlüssel holen und dann nochmal herlaufen. Mal die Tanke rein. Okay. Oh, die Marker hätte ich auch mitnehmen können. Oh, ich bin so ein Trottel. Ach man. Ja, wir müssen eh nochmal her. Ich bin wieder hinten am blauen Zaun. Ja, komm mal. Mieter hier. Na ja, gut, jetzt ist es wirklich, die Konzentration ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, das ist doch, wenn man immer schnell schnell macht und will dem anderen nicht lange warten lassen. Man braucht eben seine Zeit, der eine oder andere. Ein bisschen schneller, aber ein bisschen langsamer. Nein, ich bin blöd. Das ist es einfach. Ja, ich hatte nur, Familie war da und ich dachte mir, hey, Hallo-Sachen. Hallo. Na ja. Und da habe ich es verpasst. Ja. 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 Ich guck mal rüber. Ja. War das auf dich? Nee. Mann. Was sehen oben? Oh, voll. Picker fast an. Da können wir nicht weiter, das ist scheiße. Was denn? Was denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Grecker ist scheiße. Scheint einer sich zu beschießen. Ich bin wieder in dem Graben unten drin. Ich würde wieder bis zur Werkstatt vorlaufen. Das ist drüben Construction und das ist die andere Seite. Ja. Warte mal, ich gebe mal Risiko ein. Was denn? Kiste aufmachen, neben dem Bagger, neben dem Kran. Oh. Warte mal. Hier drüben habe ich jetzt eine mit der Waffe. Wo bist du ungefähr? Ich bin schon hinter dir. Vor der Mauer? Vor der Mauer fast. Da wo der Baum ist, wo du hoch springen kannst. Ja, okay. Bin hinter dir. Oh, warte. Da drüben muss da irgendwas sein. Hinter dem Cortina, hinter dem blauen? Ich weiß nicht, von da habe ich die Stimmen gehört irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin noch ein und zwei Mann hinter Scheiße. Hab ihn. Hab ihn, hat den Zweiten. Ja, den habe ich so toll auch nicht geklappt. Den bin ich hinterher geraten und wollte finishen, aber dann hat der andere schon rein in den Gang und habe mich weggeholt. Danke, danke, Robert. Schnauze, hör doch auf, Alter. Ich habe den Pinke noch gegessen. Oh. Hier ist es. Hier ist er. Nicht guter Mensch. Was? Seit wann kommen die Skefs hier um die Ecke da vorne? Da kam jetzt bisschen vor. Unklar, dieser Typ. Maschine Matze. Ach, die Skefs sind ganz komisch, diesen Vibe. Ich merk's grad. Der war ja richtig asozial. Ach, schade, dass es dich wieder... Oh, vor allen Dingen, guckt euch die Waffe an, Alter. Es war echtes Risiko, mit dem Ding zu spielen. Nein. Der TK Fast geht mir jetzt auf den Sack. Dieses Gewackel und Gezappel. Der hatte ich, glaube ich, sogar schon gelootet. Also, ich glaube, der hatte deine Plakette. Oder hat einen anderen Level 7 Spieler schon über den Haufen geschossen. Der war Level 17, Alter. Oh. 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 Ich muss jetzt hier sein. Mal am mal. Die sollen sich bloß verpissen. Oh, Muffin. Found in Raid. Ich sitze hier erstmal in Allerseelenruhe. So, Zeit für den Ausgang. Ich habe zwar nichts mehr von den Brüdern gehört, aber irgendwie traue ich dem Frieden nicht. Wir machen uns hier hinten dann ... Wir können ja mal Richtung Schmugglerboot gucken. Ich hoffe, die sitzen nicht überall. Aber überall. Musik One is F Was hat er denn schon wieder? Ich glaube Ich glaube ich habe mich nicht zusammengenäht Das ist das Problem Gut, trinken geht auch zur Naika Was ist denn das für eine Konstruktion? So und wieder Zeugs raus Ich weiß nicht mehr wohin damit Och Mann Was ist denn das für eine Konstruktion? Musik 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 Bis zum nächsten Mal.